Ich bin Tim Kowaczewski, ich bin ein Promoter auf dem Technikstand auf der IFA 2016. Technics gibt es seit drei Jahren wieder, seit zwei Jahren wieder im Verkauf. Ist gerelauncht worden, hat etwa zehn Jahre lang nicht da. Da war der Trend so ein bisschen von der, hin zu MP3, hin zu komprimierten Musik. Jetzt ist Technics wieder da, wieder mit voller, mit analogen Original-Audio-Signal. Also am besten über CD spielen oder mit FLAC-Dateien, 24 Bit. Vom Design her alles sehr minimalistisch gehalten, ein bisschen auf Retro gemacht, das würde man im Vinyl einlegen. Technics natürlich bekannt für den SL-1200er, den Plattenspieler. Der neue wird auch hier ausgestellt. Dieses Gerät hier ist, es gibt drei Preisklassen. Das hier ist die erste Preisklasse von der Oberklasse. Es hat Wi-Fi, Spotify vorinstalliert, Airplay, Bluetooth, das volle Programm. Also das ist eine All-in-One-Solution. Gibt es mit zwei verschiedenen Speakern, mit besonderen Speakern, die in drei Richtungen den Sound projizieren, so dass man überall im Raum stehen kann und den Sweet-Spot hat. Oder mit den klassischen Technics-Speakern, mit dem Co-Axial-System und dem Phase-Precision-Drive. Das sind handgearbeitete Speaker, neunmal drüber lackiert, mit Klavierlack. Gibt es in schwarz und in weiß. 1.300 Euro das Stückpreis bei der UVP und 1.300 Euro für dieses Teil. Das coole an den Technics-Geräten ist unter anderem auch das LAPC-System. Da drückt man auf den Knopf, dann liest das Gerät die Speaker aus, weiß, was die Speaker können, was die Chassis können, was sie sollen. Und ja, dann ist die Speaker optimal eingestellt für alle Geräte. Und das geht mit allen Speakern, mit allen Technics-Geräten. Ja, danke schön.